Overwatch 2 steht wieder auf dem Plan, die täglichen Herausforderungen um im Battle Pass weiterzukommen. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und jetzt hat auch offiziell die neue Woche begonnen. Ja, sechs Tage verbleibt und ein paar zerquetschte Stunden, um hier wieder Dinge zu erledigen. Und ich muss heute keinen begrüßen, das habe ich gerade schon gecheckt. Also machen wir alle Rollen, machen unsere obligatorischen drei bis vier Spiele. Und da gucken wir mal, wo das hier hingeht, wo die Reise hingeht. Ich habe schon seit dem letzten Overwatch-Stream unter Aufnahme etwas umgestellt. Ich tue jetzt an, dass da aufzeichnet, ich habe es letztes Mal so grob erklärt. Wer das nochmal wissen will, guckt die letzte Overwatch-Folge nach auf YouTube. Fragt mir nicht nach der Zahl, die Zahl unter der Aufnahme. Tank darf ich spielen. Okay, Leuchtturm. Wenn sie alle drinstehen und ich lasse meinen Ulti da zünden, dann ist das, glaube ich, ganz witzig. Wir gucken mal. Genau, das heißt, ich dürfte jetzt nichts mehr ruckeln von der Kamera. Und wenn nicht, schlimm. Keine großartigen Renderverzögerungen mehr. Dafür rendert er halt... Also ich meine, wir sprechen hier von Millisekunden. Vorn hat er 2,5 Millisekunden im Schnitt gebraucht für die Frame-Renderung im Durchschnitt. Jetzt braucht er 7,2 Millisekunden. Oh mein Gott. Das ist nicht optimal. Das ist klar. Aber so wie ich das mit meinem Stream-PC mache, ist das das Optimalste. Sagen wir es mal so. Und das teste ich jetzt einfach mal die nächste Zeit. Ob das so rund läuft. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich weiß auch nicht. Ich wollte mal vorstürmen und... Habe überlegt, ob ich vielleicht wen killen kann. Aber die kamen ja alle von da. Das war ja mal strunzdumm. Geht hier schon mal gut los hier. Ich habe mein Hirn noch nicht ganz eingeschaltet für Overwatch. Ach come on, der kommt jetzt natürlich weg, ne? Oh, der hat sie mich gerettet, die Mei. Okay, das gegnerische Team ist auch nicht gerade gut. Hallo. Aber krieg ich dich jetzt. Nope, 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 nope. Ich bin so weit weg. Ah. Ja, ich bin schuld. Ich bin schuld. Hallo Traum, schön, dass du reinschaufst. Hallo. Du kannst mir gar nicht berücksichtigen, ob die Kamera jetzt noch ruckelt. Ich hab ein bisschen was umgestellt. Also, meine Kamera hat ja öfters mal so ein Flackern drin gehabt. So ein Frame aus... Ausfall. Wenn du was siehst, schrei. Okay, das dürfte nicht mehr groß spürbar sein. Oder generell, wenn was Asynchron ist. Meine Stimme zur... Zum Bild. Also, meine Lippensynchronisation oder so. Wenn das nicht mehr passt, ne. Wird da auch Rückmeldung geben. Wäre nicht. So, kommt ihr alle ran auf den Meter hier? Warum ist die denn jetzt gestorben? Ich hab ne Heilerin erwischt. Ach, die Mei mit ihrem Ulti geht mir so auf den Sack, ey. Not gegen E-Landipathie. Um Skill-Level her, ja. Ich bekleckere mich auch gerade nicht mit Ruhm. Hallo. Schön. Hallo Moira. Ja, ich wollte zu viel. Hätte fast noch Moira gehabt. Ja, wie gesagt. 30 Minuten oder so. Dann bin ich eh wieder weg, ne. Warum? Das ist ja nur die dickische Herausforderung bei Overwatch. No. Was? Toll, jetzt verlieren wir das. Nein, 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 weil sie alle so spät kamen, ach schade, ärgert mich, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld, ja, wir hätten das reißen müssen, was kann man denn jetzt, das ist nicht so. Michi, ich bin schuld! Ich hab zu, ich bin schuld! 5, 4, 3, 2, 1, round 2, capture the objective. If we lost it, now it's time to win, right? Wieso denn ich, wo sind denn meine Heiler? Man, so weit vor war ich jetzt nicht. Okay, so we'll be right back. Das war's für heute. Nein, ich wäre fast reingefallen. Ist es yours? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Scheiße, 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 Scheiße Nein Aber wo ist denn meine Heiler, verdammt Fuck it Not gegen Elend die Runde Beide Teams gleich gut, gleich schlecht Das Rad zu blocken war so wichtig Die Runde aber verdient gewonnen Verdient Hart, aber verdient So, jetzt holen wir das Ding Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht Kann ich mich mit dem überhaupt ducken? Nee, kann ich gar nicht 5, 4, 3, 2, 1, round 3, capture the objective Okay, so Habe ich schon gut genervt. Oh, die Schuhe von dir. Sag was, wie hast du da reinschaust? Wow, 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 wow. Auch die Frage an dich, wenn irgendwas bei mir flackert, ruckelt, asynchron ist im Stream, bitte Bescheid geben. Meine Kamera hat ja immer so ein bisschen Probleme gemacht, dass ich so ein bisschen geflackert habe. Scheiße. Scheiße. Halt, stell. Okay, die haben mich da hinten ziemlich ignoriert, was ganz cool war. Uhu, gut gehalten. Oh, fuck. Was sagen, schlaf mich noch ein Mädchen. Ah, schade. Schade, schade, schade. War genau mit dem Kopf ein bisschen hin und her. Versuche übrigens daran zu arbeiten, wenn ich angespannt bin, nicht mehr Kaugummi zu kauen. Das ist schwierig, weil das ist bei mir unterbewusst. Wenn ich die Aufnahmen jetzt nachgeguckt habe mit dem Wackeln und so. Na, gerade eben was, glaube ich mal. Dann habe ich mir natürlich selbst bei der Webcam am meisten zugesehen. Und dann fiel mir auf, dass ich oft, wenn ich angespannt bin oder hier konzentriert bin, Kaugummi kaue. Obwohl ich keins habe. Das versuche ich mir abzugewöhnen. Aber es ist nicht so einfach, weil man macht es unterbewusst, ne. Overwatch ist sehr schnell, ja. Overwatch ist sehr, sehr schnell. Aber, das brauche ich auch. Also ich brauche ein Spiel, was eine gewisse Geschwindigkeit dauerhaft am Tag hat. Weil wenn ich einen Counter-Strike zum Beispiel spiele. Wo es halt generell, ja, bei einem Showdown ist es auch schwierig eigentlich. Weil, das Ding ist halt, oh, da haben wir eine Mercy alleine. Oder haben wir doch nicht. Wenn ich dann raus bin, in Anführungszeichen. Also wenn ich dann... Gebt mal ein Ulti-Inhalt. Sehr schön. Wenn ich... Wenn ich im langsamen Trott bin. Das trifft es, glaube ich. Und muss dann wieder plötzlich schnell werden. Dann brauche ich lange, bis ich angefahren bin. Den Berg hoch, wisst ihr? Aber wenn ich hier mal drin bin, in dem Geschwindigkeitsding, dann komme ich schnell mit zurecht. In meine Verhältnisse. Oh, das war der erste Sieg des Abends. Das zweite Spiel. Oder? Das erste. Äh. Das erste war es. So, wir gucken bei Herausforderungen, was uns hier erwartet. Genau, also. Genau, mache einen Sieg. Und spiele insgesamt drei Spiele. Das machen wir zweimal. Sind wir durch. Also jetzt noch zwei Games. Danach wechsle ich. Ja. Kolosseo, Angriff. Okay, 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 okay. Ja, ich glaube Kiriko. Warum Kiriko? Weil es beim Kolosseo gerne lange Wege gibt. Und dann kann ich auch mal mit den Kunai so mit Snipern. Die Kampfeule ist mit dabei. Der Fitzfuchs und die Kampfeule. Also das, also, also Leute. Leute. Das, das können wir nur gewinnen. Oder? Wer, wer, wer ist noch dabei? Der Turbo Titan. Turbo Titan, Fitzfuchs und die Kampfeule. Also besser geht's nicht mehr, oder? Das absolute Dream Team. Und da schreibe ich euch ungelesen. Jetzt wollte eigentlich der Kampfeule auch Hallo sagen, aber das geht so ein bisschen hektisch. Auf geht's Kampfeule. Auf geht's. Auf geht's. Gut, zwei Heiler, die gerne Damage machen. Heilt euch einfach selbst, liebe Mitspieler. Oh, das war... Okay, Moira macht das da. Was macht die da hinten denn? Was ist denn hier los? So, ja mal, sehr verkampft, äh, sehr verteiltes Kampferfeld gerade. Ob das Moira gleich wiederkommt. Nee, du musst auch schon in Heilreichweite bleiben. Wo... Wo, wo? Und... Wo? 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 Kann das nicht gegen heilen, Junge? Ah, jetzt hat sie was weggesniped, sehr schön. Wie französisch, er hat aber auch was. Nein, ich spring noch rein. Ich spring noch rein, ich bin am fliegen und denke mir, fuck, der hat Ulti gezündet. Ich dachte, ich erwische ihn noch irgendwie mit dem Heddy, mit dem Kunai von oben. Dumm. Aber noch fühlen wir also. Warten wir einfach, bis Morgoy ein Ulti verbraucht hat. Was? Oh. 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 Junk rate war noch da. Wurde man Ulti endlich mal zünden. Aber solange es zwar nur hektisch ist, aber nicht ruckelt und danach zieht oder so. Echt zumindest mal, was die technische Seite angeht, zufrieden. Mein Team macht wieder nichts. Welchen Tank haben wir eigentlich? Letztlich. Ah. Okay. Stimmt. Aber der steht... Der ist nicht gerade gar gewesen, oder? Das ist halt so fies. Er hat Moira gehuckt. Moira wäre tot gewesen. Was macht Moira? Sie blinkt sich halt weg. Also Moira, ich bleib dabei. Patcht Moira aus dem Spiel raus. Hat hier in Overwatch 1 und 2 nichts verloren. 1 gibt's ja nicht mehr. Patcht die raus. Absoluter Fehldesign der Held. Ehrlich. Das diskutiere ich nicht. Das wird nicht diskutiert. Raus mit dir aus dem Game. Ja, den Robot, der geht. Geklaut. Geil. Geil, die haben noch wurde geklaut. Geil geht. Das war's. Aber hören wir gleich. Komm, schieb weiter. Was? Wir haben jetzt... Jetzt haben wir den Robot auf die gleiche Art und Weise verloren, oder was? Scheiße. Hi, Mori! Die Sprache fließt neu. Hold up, hold up, hold up. Die Krieg hat den Robot. Initiate Search and Rescue. Hey. Over here! Meine Gift zu dir. Ich kann mich nicht mehr auswählen. Was ist das? Puh, das war eng. Nee, nicht mit dem Moira-Ulti. Ja, ist klar, Moira, jetzt mit dem Ulti durch Wände, durch Raum und Zeit. Natürlich, kommst du noch bei Star Trek raus, bei der Voyager, soweit geht dein Strahl. Patched Moira aus dem Spiel. Ja, wir sind zurück. Time again to try again. The breeze brings relief. Let's taste it. 30 seconds. Get ready for a shot. Get ready for a shot. Thanks. Wir müssen die ja nur vom Roboter einmal wegkriegen. Das war's ja schon. 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 Komm. Ergäß mich. So, noch eins. Leider nicht als Damage-Deater, das wäre schön. Abonnieren. 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 Na. An. Ja. Und liebter. Mercy. SMB. EVA. Soldier 76. Das könnte Junkrat sein. Was ist SMB? Augenhälter, aber ich komme gerade nicht drauf. Sie sind in der Welt. Sie sind in der Welt. Niemand ist wichtig, Monk. Sie sind immer wichtig. Sie müssen einfach sie wegziehen. 5, 4, 3, 2, 1. Wir sind die Begrüßung. Sie sind die Begrüßung. Sie sind die Begrüßung. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, da war noch einer näher mir. Nicht gesehen. Stay put. Heightening your capability. One resisted. I'll have you in tough condition. He's dead again. I'm here to support you. Our world is not done. Nein. Oh, ich hasse den Held. Das ist, glaube ich, der nächste, den sie nochmal rauspatchen können. Das ist doch auch kein Skill. Mit der Gatling kann er einfach abrasieren. Man, wir haben so schön gedefft. Das ist, glaube ich. Ich weiß, wo der hin will. Der will auf mich. Aber er kommt nicht weit. Okay, sie hätten schon eins, zwei Mal reinkommen können, aber sie kriegen es nicht geschafft. Alle, er ist schon mit. Und da kommt der Herojäger mit Rieser mit dem 21. Monat. Danke dir. Und schön, dass du reinschaust. Es ist 24 Monate, wir sind bald voll. Damage, komm. Ich komme da ja nicht hin, mein Freund. Die Asoziale, oder? Jetzt nehmen wir den Spieß rum. Nein, räche mich. Ja, hat mich gerecht. Ich würde sagen, danach ein klein wenig World of Tanks und dann noch eine Runde City Skylines. Was haltet ihr davon? Ich habe lange kein World of Tanks mehr gespielt. Ich muss das Event noch halbwegs durchkriegen. Weil jetzt sind wir ja sehr wahrscheinlich... Also wenn die das jetzt nicht holen sollten... Aber wir müssen ja nur noch... Oh, komm, komm, komm. Eine Sekunde deffen. Nein. 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 Das wäre doch rum gewesen jetzt. Och nö, jetzt holen sie das noch. Och nö. Oh, Mann. Das nervt. Ich will ja noch was anderes spielen. Damage, Mercy. Aua. Dasirez- Dasög rush. Das wäre etwas anderes. Warum waren wir denn nur zu viert? Wo ist denn der Rest vom Team? Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Was machen die denn hier? Wo ist denn der Rest vom Schützenfest? Wie oft hat er denn diesen scheiß Ulti-Ready und ich komme da nie raus? Meine Fresse, der geht mir aber sowas von auf den Piss gerade. Ich kann die nicht heilen, ich kann das nicht. Ich kann die nicht heilen, ich kann die nicht heilen, ich kann die nicht heilen. Kill doch mal was. Was haben wir denn jetzt hier zuerst heilen soll? Meine Fresse. Ich kann die meisten. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich nicht gegen einen. Da muss halt unser zweiter Heiler auch mal heilen und nicht nur Damage machen. Ja, wenn der sein Ulti anhat, dann ist er. Das ist ja kein Ulti. Das ist ja nicht mehr mehr der Ulti. Sein Gatling-Modus da geht. Das ist... Ja, sorry, das ist der Aim-Bot-Modus. Das ist... Weiß nicht. Weiß nicht. Die ist so schlimm wie Moira. Aber egal. Das war fies. Ah, mit dem Ulti hat er alle gekillt und ich hab ihn verstärkt. Das war schön. Das war schön. Er ist da gestorben. Ja, wenn hier aus meiner Heilregel... Verlieren wir jetzt noch, ne? Kommt, jetzt macht was draus. Sie haben den Küsser im Spawnweg. Killt was. Moira ulti noch. Haben wir's. Ja. Puh. Knapp. Da. Und ich hab geholfen. Die sind umgefallen, wie die fliegen. Sehr schöner Ulti. Sehr schön. Oh, da haben wir ja einiges geschafft heute hier grad noch am Ende. Okay. So. Fast alle sogar. Okay. Das soll mir... Das soll aber reichen für heute. Ähm. Wir gucken noch kurz in den Battle Pass. Ein Level haben wir wahrscheinlich gemacht oder so. Oh, für mehr hätte ich jetzt mehr spielen müssen. Der Park küsst mich nicht die Muse. Bleibt dabei, im Stream geht's weiter. Aber für Overwatch ist an dieser Stelle hier Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs. Und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Und wir sehen uns im nächsten Mal.